Der Heilige Krieg Der Heilige Krieg Neun Millionen tote Soldaten, geschätzte sieben Millionen Zivilisten, forderte der Erste Weltkrieg. Dieser große Krieg lag schon lange in der Luft. Die Interessengegensätze zwischen den Großmächten wurden immer angespannter. Das Attentat von Sarajevo auf den österreichischen Thronfolger war schließlich der Auslöser. Universitätsprofessorin Ulrike Kindl von der Karfoskarin Venedig, Germanistin und Begriffswissenschaftlerin in Rente, sagt, Der Erste Weltkrieg war das Ende des 19. Jahrhunderts, das Ende der klassischen Moderne und das Ende der Reichsidee. Mit dem Ersten Weltkrieg brachen große Reiche zusammen, nicht weniger als vier Weltreiche. Die K&K-Monarchie, damit verlor Europa auch seine Mitte. Das Zweite Reich, das zusammenbrach, war das Deutsche Reich. Eine Tragödie ganz eigener Art, denn das war dann der wahre Grund, warum es zum Zweiten Weltkrieg kam. Das Dritte Reich, nicht mehr als autokratisches, riesiges Reich, war das Zarnreich, Russland. Das Dritte Reich, nicht mehr als autokratisches, riesig zu sehen.